Berater der US-Arzneimittelbörder FDA haben für den Herbst Änderungen bei den Covid-19-Impfstoffen empfohlen, mit denen die aktuell zirkulierenden Varianten des Virus abgedeckt werden können. Mit großer Mehrheit sprach sich das Beratungskomitee der Behörde dafür aus, dass die neue Generation von Booster-Impfungen vor der Omikron-Variante des Virus schützen solle. Die FDA will nun bis Anfang Juli über die Zusammensetzung der Covid-19-Impfstoffe für den Herbst entscheiden. Mit der Verabreichung von angepassten Auffrischungsimpfungen könne dann bis Anfang Oktober begonnen werden, sagte Peter Marx, Leiter des FDA-Zentrums für die Bewertung und Erforschung biologischer Produkte am Rande des Treffens mit den Experten. Je besser die Impfstoffe auf den zirkulierenden Stamm abgestimmt sind, desto höher ist unserer Meinung nach die Wirksamkeit des Impfstoffs und desto dauerhafter ist der Schutz. Das US-Biotech-Unternehmen Moderna sowie die Partner BioNTech und Pfizer stehen mit ihren an die hoch ansteckende Omikron-Variante angepassten Impfstoffen bereits in den Startlöchern. Beide hatten erst kürzlich erste Daten zu den Vakzinen veröffentlicht. Der Omikron-Booster von Moderna, eine Kombination aus dem ursprünglichen Moderna-Vakzin Spikevax und einem gegen die Omikron-Variante gerichteten Impfstoffkandidaten, erzielte demnach eine bessere Antikörperreaktion als Spikevax. BioNTech und Pfizer legten Ergebnisse zu zwei Impfstoffkandidaten vor, einem an die Omikron-Variante angepassten Vakzin sowie einem, bei dem es sich um eine Kombination aus dem bestehenden BioNTech-Vakzin Comirnaty und einem gegen das Spike-Protein der Omikron-Variante BA1 gerichteten Impfstoff handelt. Eine Auffrischungsdosis mit einem der angepassten Vakzine löste den Angaben zufolge eine deutlich höhere Immunantwort aus als der bestehende Impfstoff der beiden Unternehmen. Die angepassten Impfstoffe von Moderna und Bayern durch Pfizer haben gemeinsam, dass sie zwar auch gegen die in letzter Zeit vorherrschenden Omikron-Untervarianten BA4 und BA5 gut abschnitten, allerdings in geringem Maße als gegen die Variante BA1, die im vergangenen Winter dominierte und gegen die der Impfstoff speziell entwickelt worden ist. Die Studienergebnisse wurden der FDA im Vorfeld ihres Treffens vorgelegt und auch mit der Internationalen Koalition der Arzneimittelzulassungsbehörde vor anstehenden Gesprächen am 30. Juni geteilt.